Einfachen, es gibt nur ein Bela Räti, ein Bela Räti, es gibt nur ein Bela Räti. Alle, ein Bela Räti, es gibt nur ein Bela Räti. Das war ja nicht abgesprochen. Ich wusste davon nicht. Ich bin ein Bela Räti, es gibt nur ein Bela Räti. Also Bela, ich kann dir nur sagen, es war ein großes Geschenk, dich als Reporter erleben zu dürfen. Es war ein noch größeres Geschenk, dich als Kollegen zu haben. Es war einzigartig, was wir mit dir erlebt haben. Nicht nur in den Karaoke Bars in Tokio oder sonst wo. Und du wirst uns sehr, sehr, sehr fehlen. Und jetzt lassen wir dich in Ruhe. Vielen lieben Dank, Bela. Alles Gute, bleiben Sie gesund.